Nach seiner Niederlage im Triple Threat Match bei SmackDown in der letzten Woche muss Christian ein Match gegen den World's Strongest Man Mark Henry bestreiten. Christian besiegt Mark Henry und sagt nach dem Match, dass er den Sieg beim Triple Threat Match verdient hätte und nur aufgrund der Ermischung von Randy Orton verloren hat. Der SmackDown-GM kommt raus und sagt, dass er Christian den Titelkampf nicht geben kann, aber er kann ihn zum Ringrichter des Haupttitelkampfs zwischen Sheamus und dem World Heavyweight Champion Randy Orton in den Making his way to the ring from Toronto, Canada. Weighing in at 227 pounds, Christian. Well, this is quite the scenario. Tonight, Christian dons the referee strikes. He insists that he'll be able to remain impartial, but time will tell. Time will tell is right. I don't know how Christian will be able to call this one right down the middle. You've got to watch out for some flying fists in this one. Randy Orton feels this match is somewhat a handicap, you can guarantee you'll have one eye on Sheamus and one on a special guest referee. Yeah, Randy Orton will have to be careful in this one. I believe tonight is a huge night for Sheamus. It's an opportunity for Sheamus to continue to build the foundation of his legacy here in WWE. Coley's only been here a couple of years and already is the first-ever Irish-born champion, a two-time WWE champion, a king of the ring, and tonight, an opportunity to become the world heavyweight champion. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the World Heavyweight Championship. introducing first the challenger from Dublin, Ireland, weighing in at 272 pounds, the Celtic warrior, Sheamus. And from St. Louis, Missouri, weighing in at 245 pounds, he is the world heavyweight champion, Randy Orton. Randy Orton's completely ready for this match tonight. Yeah, anytime a match features a special guest referee, chaos always ensues, especially a match for the world championship. Everyone's wondering if Christian can really be impartial. So, an High Cross sollen wir ausführen. Wir sollen hier Orton richtig vermöbeln. Boah, es wird nicht einfach mehr Christian als special guest referee. Er wird sich hier bestimmt das ein oder andere mal einmischen wollen. Aber man muss einfach das machen, was er sagt, um nicht große Probleme zu bekommen. Da, komm mal her. Spinebuster von Sheamus. Komm mal her. Äh. Das war ein. Ich bin mal hin. Ich bin mal hin. Ich bin ein Seil, Mann. Oh, mein Belly-to-Belly. Oh, mein Belly-to-Belly. The history of a special guest referee maintaining order for WWE title matches dates back to Vince McMahon seniors WWE in the late 1960s. Oh. I've been a special guest referee when championships are on the line, and it's a pressure position. All three of these men have competed in high-profile matches with special guest referees. If you're in the ring, you have to look over both shoulders. And depending on how things go at times, the special guest referee in the singles match can turn it into a triple one-movement. Sehr schön. High-Cross is a finisher, to this point. High-Cross is a finisher, to this point. Oh. Oh. Bisschen down in der Ecke. Oh. Oh, da steht er wieder. Okay. ist mein schöner suplex los mit jerry lauder zack jetzt mal gucken, dass wir vielleicht nochmal Eckbreaker zeigen ja, wobei Kopf jetzt auch gelb aber ich glaube der Tauzo ist eher angeschlagen ich glaube der Tauzo wird eher angeschlagen sein mal schön stretchen hier den Rücken von Orton eine Geschichte von Rückenproblemen sehr gut dann mal her auch ein Neues ach komm was muss er denn noch machen weißt du was 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 dann wird's da gewesen sein oh fun das 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020